Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich vor die ganze Frühhauptverkehrszeit mit der S-Bahn durch die Gegend zu fahren. Aber nicht nur mit irgendeiner S-Bahn, sondern mit einer S-Bahn der Baureihe 472. Davon sind in Hamburg zur Zeit noch sechs Einheiten im Einsatz, verteilt auf drei Umläufe. Und jetzt bin ich gerade in Wellingsbüttel und will gleich mit dem ersten Umlauf, der um 5.19 Uhr in Poppenbüttel startet, mitfahren. Der sollte hier um 5.21 Uhr glaube ich ankommen. Und mal schauen, ob der Zug heute auch fährt. Ansonsten habe ich noch zwei weitere Umläufe, die ich versuchen könnte. So, hier kommt das Objekt der Begierde, die Baureihe 472. Untertitelung ab, Cabine Inhal Ipsen. Jetztки Noise. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und werde mich gleich schlafen legen. Das war es jetzt an dieser Stelle auch von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.